Dort haben wir hier dreimal die zwölfmal Einschilder, können wir einfach hier rein und dann haben wir hier eine kleine Lobby. So, wir haben uns jetzt hier mal einen Panzer gekauft. Das bedeutet, von einem Bow sind wir jetzt im Mond. Den haben wir? Okay. Den haben wir auch, oh Gott. Jetzt sind wir nämlich hier. Einen floschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es einen neuen Spielmodus auf dem Einsucht.net-Server. Heute am Samstag, glaube ich. Ob er gestern schon draußen war, weiß ich nicht. Aber heute kam das Video auf jeden Fall raus. Gestern, glaube ich, war noch nicht draußen. Aber ich nehme es hier am Samstag auf und der neue Modus Rage Mode ist da. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob der schon mal früher auf dem Server war. Ich glaube aber nicht. So, hier ist der ganz auffällig in jeder Lobby zu finden oder im Kompass jetzt unter der Eisenachs. Dort haben wir hier dreimal die zwölfmal Einschilder. Können wir einfach hier rein. Und dann haben wir hier eine kleine Lobby. Hier haben wir das Mapvoting. Dort kommen die QSG-Maps. Zum Beispiel hier das hier, die alte QSG-Map. Die kenne ich noch. Die kommen hier zum Einsatz. Wir brauchen insgesamt 25 Kills. Und ich habe gerade zwei Kills. Das sieht man an den Coins. Pro Kill bekommt man nämlich. Ein Coin. Vier. Oh. Okay, da hat er mich erwischt. Muss auch irgendwann mal so kommen. Wir brauchen insgesamt 25 Kills. Wir müssen einfach hier mit unserer Instant Knife, also mit dem Eisenschwert, dann mit dem Rage Bow und mit dem Wurfmesser hier die Leute erledigen. Okay, da wurde ich wahrscheinlich von hinten irgendwo erwischt. Ja, es kann auch sein, dass manchmal die Server hier ein bisschen laggen. Das Ganze ist auch in der Beta-Phase. Das heißt, wenn es Bugs oder Fehler auftreten sollten, dann gerne im Forum reporten. Ich werde hier auch noch ein paar Verbesserungsvorschläge einposten, da mich das extrem stört, dass man hier keine Schutzzeit hat. Und das ist echt das Problem. Habt ihr gesehen? Ich bin zweimal hinter demselben Spieler gespawnt. Und wenn ich sterbe, dann kann er einfach mich noch einmal killen, obwohl ich gar keine Chance zu reagieren habe. Und das finde ich ziemlich schlecht und auch unfair zudem. Deswegen, das werde ich auf jeden Fall noch eben melden. So, wir haben jetzt 7 Kills. Ich weiß gar nicht. Im Tab sieht man nicht, welche gerade die führende ist. Wir haben hier noch ein Wurfmesser. Das können wir wie ein... Wir haben hier eigentlich die üblichen Rage-Mode-Items. Hoppala. So. Wir können natürlich unser Wurfmesser auch wieder, wenn wir es verwurfen haben, wieder aufsammeln. Das ist kein Problem. Und wir sollten uns hier vor den One-Shot-Bow in Acht nehmen. Oh nein. Das ist nicht das Ding hier. Kann von jeder Richtung irgendjemand kommen. Das hatte ich schon so oft. Ja, moin, moin, moin. Ne, auch. Das war jetzt natürlich ungünstig. Und da wurde er uns schon hier abgestaubt. Wir können auch mit dem... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo kommst du denn hier? Ja. Hier ist man halt nirgendwo sicher, wenn... ...man von der Seite kommt. Wenn hier viele Spiele auch sind, dann ist das hier... Oh, noch getroffen. Nämlich schwierig manchmal in echt zu überleben. Sehr knifflig hier. Gerade, wo wir hier nur zu 5 sind. Da geht das relativ genug. So, erwischt. Okay, hier haben wir... Oh Gott, komm, komm. Oh Gott. Das hat er jetzt... ...hier... ...gut gemacht. Ich frage mich auch immer, was dieses... ...minus zwei Kills, falls es minus zwei Kills sein soll... ...heißen soll. Okay, hier fehlt ein Block. Secret. Mehr oder weniger. Gut sehen. Ja, okay. Hier haupt jemand hinten. Tschüss. Ah, ich glaube... ...ich muss mal gucken, ob bei den Coins dann zwei Runden das geht. So, wir können uns mal hier den Shop anschauen. So, wir haben uns jetzt hier mal einen Panzer gekauft. Das bedeutet... ...von nem Bow sind wir jetzt im Mohn. Den haben wir? Okay. Den haben wir auch. Oh Gott. Oh. Jetzt sind wir nämlich hier. Jetzt brauchen wir... Oh Gott. Da kann mir jemand von hinten. Jetzt brauchen wir nämlich zwei Hits... ...die wir zum Tod benötigen. Ich glaube, das geht aber nur mit dem Bogen. Hier liegen überall diese Wurfmesser rum. Hoppala. Na komm. Ja, zack. Wir können uns natürlich auch die anderen, die hier schon rumliegen... ...einfach mitnehmen und dann... ...die zum Einsatz nutzen. Das geht natürlich auch. Das ist kein Problem. Okay. Okay. Wir kriegen hier schon wieder Besuch von außen. Wir können natürlich hier auch... ...nein, du gehst mal weg. Den brauche ich gerade hier nicht. Nö, ein 10-Kids bis zum Sieg. Okay, wir sind anscheinend zweiter oder dritter hier. Wie es aussieht, aber wir sind schon gut dabei. Ah. Finde ich. Hier. Ja, so. Das war jetzt natürlich ideal, aber für den Gegner jetzt blöd. Aber gegen die Spawn-Position kann man nichts machen. Kontakt. Ja, 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 ja. Da stellst du dir so vor, ne? Okay. Das war jetzt komisch. Warum der nicht gestorben ist? Wahrscheinlich, weil wir ihn nicht so gut hoffen haben. Okay. Ja, das war jetzt natürlich ein Freekill. Hä? Nein. Nein. Oh ja, okay. Manchmal freue ich mich echt, wo die Leute herkommen. Spawn einfach, wo sie wollen. Das ist echt hier manchmal das Problem. Ist hier so eine kleine Schnitzel. Ja, zusätzlich. Ja, okay, das hat er. Gut gemacht. Komm, hier kriegst du auch noch... Oh, shit. Mein Messer. Okay. Was? Wie hat der das überlebt? Willst du mich veräppeln? Hey, also mal ganz im Ernst. Wie hat der das überlebt? Und jetzt juckt noch meine Nase. Aber wie hat der das gerade bitte überlebt? Ich hab ihn... Kriegt man Schaden durch diesen... Wenn man nur... Auf den Boden schießt. Bei manchen kommt mir das so vor. Als würde das... Nix bringen. Der Typ, der zieht doch auf mich. Das zieht doch hier. Hab dich. Hoppala. Wo kommst du denn her? Okay. Der Panzer bringt nichts gegen das Schwert. Schon mal probiert. So, tschüss. Okay. Jetzt haben wir mal einen von draußen auch noch. Tschüss. Ich bin mir nicht sicher, wie viele... Ich glaub, ich hab 17 Kills. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen... Nicht so vorteilhaft. Ich weiß gar nicht, wer hier gerade führt. Freaky führt gerade. Okay. Da ist er schon wieder. Da ist er der Führer. Also der andere Führer meinte ich damit. Okay. Da hat er das Spiel gewonnen. GG. An sich macht der Modus schon Bock, wenn nicht so viele drin sind. Aber dass er bei zwei Leuten schon startet, finde ich trotzdem ein bisschen... Nicht so unlogisch. Also nicht so logisch, weil da kann man gleich einen privaten... Okay. Private Story gibt es gerade noch nicht. Rage Mode. Gehen wir mal in eine leere Lobby. Und zwar haben wir hier noch die Einstellung. Da kann ich da starten. Und bei der Inventarsortierung kann ich hier halt meine Sachen so zurecht schieben, wie ich sie will. Hier gibt es die Barrieren. Zum Beispiel hier ist ja der Shop und hier, wenn man sich was kauft, spawnt das zum Beispiel auf dem siebten Slot. Deswegen muss das natürlich auch freigehalten werden. Das war es jetzt mit dem Update. Wie gefällt es euch? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Zum Trailer geht es gleich hier im Outro. Verlinke ich euch das Video von meinem Tochterwer. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, abonnieren, Glock aktivieren und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.